Die Serie 222 ist für einen Nennstrom von 32 Ampere ausgelegt. Alle Klemmen übertreffen nicht nur die dementsprechenden normativen Anforderungen, sondern bieten einen zusätzlichen Sicherheitsbereich zu den normativen Mindestanforderungen. Dieser Sicherheitsbereich ist Qualitätsanspruch von WAGO. Er dient dazu, auch in Ausnahmesituationen größtmögliche Sicherheit zu bieten. So ist zum Beispiel selbst bei unzulässiger Überlast mit mehrfachem Nennstrom die Funktion über die Standfestigkeit anderer Betriebsmittel hinaus gegeben. Im Fehlerfall mit mehr als dreifachem Nennstrom schmilzt nach kürzester Zeit die Leiterisolierung und der Leiter beginnt zu glühen. Anders jedoch bei der WAGO-Verbindungsklemme 222. Die elektrische Funktion der Klemme besteht und der Isolierschutz durch das Gehäuse ist weiterhin gegeben. Erst nach noch länger anhaltender Überlastung schmilzt das Klemmengehäuse und fällt schließlich vom Kontakt ab. Dabei ist der Kontakt noch unversehrt und die angeschlossenen Leiter sind noch sicher geklemmt. Selbst nach diesem Extremtest erfüllen die Kontaktstellen noch die normativen Anforderungen an die Kontaktqualität. WAGO 222 – Der flexible Alleskönner